Yo, yo, yo! Hier ist McPower is back! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video! McPower is back, back, back in shape! Heute habe ich im Kaufland. McPower war wieder auf Shoppingtour, Alter. McPower is back! Ja, das habe ich nicht gemacht. Ich bin nur high für meine Geilheit. Heute habe ich im Kaufland was gefunden. Kein Cola mit Gras, kein Rattengift und keinen Join, sondern ganz was anderes. Crazy Wolf! McPower is back! Hier neue Sorte mit Kaktusfalke! Hahaha! Hier lest Kaktusfalke oder Feigesaufalke. Kaktusfalke. Yo! Bekanntlich fragt da ja niemand nach meiner Meinung. Bis auf welche? Oh, ein paar Ausnahmen. Bekanntlicherweise auch. So, jetzt wollen wir mal versuchen, wie es schmeckt. Dazwischen tut es ja schon mal, wie es die Kohlensäure verrät, oder? Power is back, back! Ich bin ein Souvenir, ein Souvenir, ein Souvenir, ein Energy Souvenir. Gehe! Mh . Also, im Abgang ist es sehr gut. In der Tiefe könnte es was werden. Also, schmeckt nach Kaktus, sticht im Rachen. Nach Kaktus, Feige, Feige, Sau, Feige, Feige, oder? Jetzt tropft es alles schon an. Also, ich habe was auch am Laufen wieder. Hier, wenn ich dieses Jahr was Neues rausbringe, kein Energy wie Monte, wie Tanzverbot gesagt hat, zum Spaß, Obama. Also, ich wollte mich vom Thema abdenken. Dieses Jahr kommt doch irgendwas. Ihr könntet bestimmt denken was. Aber wie gesagt, es schmeckt nach Kaktus, Feige. Schön süß, wie Energy halt ist. Und, mein Schatz. Ach, Schatte, Fahrrad. Und, jo. Könnt ihr euch mal beim Kaufland holen. 29 Cent. Bis Mittwoch noch. Darum haben wir heute überhaupt. Doch, warte. Bis zum 9. August. Noch. Ist es noch im Angebot. Dann wird man sehen, ob es verlängert wird. Bis dahin ist es noch 29 Cent im Angebot. Das ist eine Limit Edition. Mit Pulse. Das kann ich nicht so schleudern. Mit Power Limited Edition. Also, holt euch den guten Stoff vom Blog, Alter. Mit Power ist back. Holt euch den guten Stoff von der Hood, Alter. Ist es noch abgeholt? Wie lebt denn bei euch? Wie lebt denn bei euch? Ja, er tut es. Rindenberg. Sonne sind nach Pongo. Zu nicht nur nach Pongo. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah, yeah Ich bin wieder high, doch mal live ist live Ich bin ne geile Drecksau, mir doch egal Ich bin ne geile, geile Drecksau, mir doch egal Du willst doch Sex, dann komm vorbei Aha, let's go Ich bin ne geile, geile, geile Drecksau Du weißt Bescheid, dann weißt du es Ich bin ne geile, geile, geile Drecksau Mir ist doch egal, wir machen's bis wir gehen Sex, bis wir gehen Sex, bis wir nicht mehr sind Ah, ähm, ähm, ähm Jetzt wollen wir nicht mehr vom Thema abbleiben Mac Power ist back und Gönnt euch Robster Crazy Wolf Energy mit Kaktusfeige Echt empfehlenswert Ihr geilen Böcke, ihr geilen Säuerle Ihr geilen Sauerle Ihr geile Stücks Peace Peace Also Ich hoffe, euch hat's gefallen Und ihr könnt ja gerne in Kaufland gehen Und 29 Cent Die 330 Ml Dose Mittellinderdose 29 Cent bis Mittwoch Ob's ja länger wird, wird man dann sehen Und ja Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend Und ich schalte ab Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal